Christine Nöstlinger Florence Jingle Bell Sissi und Sigi waren Geschwister. Sie stritten jeden Tag und jeden zweiten Tag prügelten sie sich, wobei Sigi immer den Kürzeren zog, weil er nur boxte, Sigi aber zwickte und kratzte und bis und mit den Füßen trat. Sissi und Sigi stritten nie wegen Kleinigkeiten. Dinge wie abstehende Ohren, kaputte Elektroautos, eingedrückte Puppenaugen, verbogene Heftdeckel, Hasenzähne und Dreckfinger störten weder Sissi noch Sigi. Sissi und Sigi stritten immer wegen der gleichen Sache. Sissi erzählte etwas. Sigi behauptete, was Sissi da erzählte, sei gelogen. Sissi rief, nein, es sei die reine Wahrheit. Sigi schrie, nur ein Doppeldepp, glaubt ihr das? Sissi wurde dann so wütend, dass sie Sigi zwickte oder kratzte oder biss oder trat und dann boxte Sigi und dann kam die Mutter und drohte mit Ohrfeigen, als ob im Kinderzimmer nicht schon genug herumgeprügelt wurde. Nach den angedrohten Ohrfeigen vertrugen sich Sissi und Sigi wieder ein bisschen. Sie vertrugen sich so lange, bis Sissi wieder eine Geschichte erzählte, die Sigi nicht glaubte. An dem Tag, von dem ich erzählen will, saßen Sissi und Sigi im Kinderzimmer und vertrugen sich ein bisschen. »Weißt du was zum Spielen?«, fragte Sigi. »Black Peter«, sagte Sissi. »Kenn ich nicht«, sagte Sissi. »Heißt Schwarzer Peter auf Englisch«, erklärte Sissi. »Und warum?«, fragte Sigi. »Warum sagst du das Englisch?« Sissi holte die Schwarze Peter-Schachtel aus der Tischlade, drehte sie hin und her und sprach, »Ach, das habe ich mir so angewöhnt von meiner Freundin, der Florence Jinglebell, die redet ja Englisch.« »Hör auf«, rief Sigi, »hör sofort auf.« Sigi hätte sich nämlich noch gern ein bisschen mit Sissi vertragen, aber wenn Sissi mit Florence Jinglebell anfing, ging das leider nicht. Seit einer Woche hatte Sissi das. Seit einer Woche behauptete sie, eine Freundin zu haben, die Florence Jinglebell hieß, und Vampirzähne und Schuh Nummer 50 hatte und lange, mehr grün-blaue Haare und einen Hund mit Reißzähnen namens Lin Fu, der statt Wauwau-Ching-Chang bellte, weil er ein großer, gelber, chinesischer Hund war. Sigi konnte nicht an diese Freundin glauben, noch dazu, wo sie im Kanal wohnte, im Kanal beim Kino, über dessen Eingang eine Litfaßsäule war. Sigi rief also noch einmal, »Hör sofort auf!« Doch Sissi hörte nicht auf, sie öffnete die Kartenschachtel. »Schau her«, sagte sie und zeigte die oberste Karte. Sigi schaute hin. Er betrachtete die oberste Karte. Der Tower von London war darauf. Sissi erklärte triumphierend, »Na, wie käme ich denn zum Tower von London? Wenn ich nicht die Florence Jinglebell zur Freundin hätt, hä?« »Du Kudu!« brüllte Sigi. »Für wie blöd hältst du mich denn? Weil du eine Karte von meinem Städtequartett zu deinen schwarzen Peter-Karten steckst, so glaub ich noch lang nicht an deinen Vampir-Zahn-Hund.« »Er hat drei Szenen«, sagte Sissi. »Sie hat die Vampir-Zähne.« Sigi gab keine Antwort. Er wollte sich nicht noch mehr aufregen. Sissi holte eine Karte aus der Schachtel. Es war die Karte mit der Marienkäferfrau. Die Karte war auf der unteren Hälfte braun-grau und verbogen. Sissi schaute die Karte an und meinte verträumt, »Sigi, sie ist dem Dreckfleck da.« »Da haben wir in der Litfaßsäule Black Peter gespielt und da ist mir die Karte in den Kanal gefallen.« Sigi bekam vor Wut fast keine Luft zum Atmen. »Die Karte,« keuchte er, »ist dir am Sonntag ins Kakao-Heferl gefallen?« Sissi schüttelte den Kopf. »Ich war doch dabei,« keuchte Sigi weiter. Sissi sagte, »Gar nicht wahr!« »Und dann, du hast geträumt!« Sigi boxte Sissi die Marienkäferkarte aus der Hand. Sissi biss Sigi in den Arm. Sissi boxte Sissi in den Bauch. Sissi kratzte Sissi quer übers Gesicht. Der Vater kam ins Kinderzimmer und schrie, »Friede, Friede!« Da Sissi und Sigi ziemlich wohlerzogene Kinder waren, hörten sie sofort zu kämpfen auf. Sissi sagte, »Papa, er glaubt mir schon wieder nicht!« Sissi sagte, »Papa, sie lügt schon wieder so!« Der Vater war nicht einer, der von seinen Kindern nur die Namen und die Schuhgröße weiß. Der Vater kannte die Schwierigkeiten von Sigi und Sissi genau. Aber der Vater hatte einen anderen Nachteil. Er glaubte, alle Probleme der Welt seien mit ein bisschen Witz und Spaß und Humor zu lösen. Der Vater zwinkerte also Sigi verschwörisch zu und sagte grinsend zu Sissi, »Na, Sissilein, was glaubt er dir denn nicht?« »Er glaubt mir die Jinglebell nicht,« klagte Sissi. »Ich glaub dir die Jinglebell,« sagte der Vater und zwinkerte wieder. »Sigi blinzelte zurück und bat Sissi scheinheilig, ihm doch von der Jinglebell zu erzählen.« Und Sissi erzählte. »Von den mehrgrün-blauen Haaren, von den sehr spitzen Vampirzähnen, von der Schuhnummer 50, von Lin Fu und seinen Reißzähnen und seinem Jing-Jang-Gebell und vom Kanal unter der Litfaßsäule natürlich auch.« Den Vater freute das ungemein, er war eben ein heiterer Mensch. Sigi flüsterte ihm zu, »Alles gelogen. In der Litfaßsäule ist eine Kiste mit Sand, zum Streuen, und den Schlüssel dazu hat der Straßenkehrer.« »Vielleicht ist der Straßenkehrer der Vater von ihr,« flüsterte der Vater zurück. Der Vater hatte zu laut geflüstert. Sissi rief, »Seid nicht so dumm! Der Straßenkehrer ist ein türkischer Gastarbeiter und die Florence Jinglebell ist Engländerin.« »Redest du Englisch mit ihr?«, fragte Sigi und blinzelte dem Vater zu. Der Vater zwinkerte zurück wie eine Blinklichtampel. Es war schön, dass er sich mit seinem Sohn so gut verstand. Sissi meinte, »Die Florence redet so Englisch, dass man sie auch versteht, wenn man nicht Englisch kann.« »Aha, aha!«, riefen Vater und Sohn Sigi im Chor. Sie verstanden sich immer besser. »Lad sie doch ein!«, kicherte der Vater. »Ich möchte sie kennenlernen!« Sissi wollte nicht. Sie sagte, das sei ganz unmöglich, weil Lin Fu recht bissig sei und Florenz die Vampirzähne benutzte, wenn sie wütend wurde. Und sie wurde ziemlich leicht wütend. »Wir werden sie besuchen!«, rief der Vater. »Wir klopfen an die Litfaßsäule, bis sie aufmacht!«, schrie Sigi. »Sie macht nur auf«, sagte Sissi, »wenn man sich telefonisch anmeldet.« »Sie hat Kanal-Telefon!«, der Vater grinste hinter der vorgehaltenen Hand und trat Sigi gegen das Schienbein, damit er zu kichern aufhörte. »Keines mit Hörer und Wählscheibe«, verkündete Sissi. »Nur so ein Loch in der Mauer und da kommt meine Stimme heraus, wenn ich mich anmelde.« »Und wo telefonierst du hinein?«, fragte der Vater. Sissi wollte es nicht sagen. Erstens, weil es geheim war. Und zweitens, weil es die Jingle-Bell verboten hatte. Und drittens, weil es angeblich gefährlich war. Der Vater und Sigi schmeichelten. »Sissi, bitte, bitte, Sissi!«, »Na gut, ich sage es«, seufzte Sissi. Am Klo, in die Klo-Muschel hinein. Sigi und der Vater kreischten los, wie die Affen. Sie sprangen im Zimmer herum und brüllten, »durchs Klo!«, »durchs Klo!«, »sie telefoniert durchs Klo!«, dann riefen sie zum Klo. Sigi zog die Spülung. Und der Vater brüllte in die Muschel. »Hallo, hallo, hier Klo vom zweiten Stock! Florence Jingle-Bell, hörst du mich? Hier spricht der Vater von Sissi. Es ist dringend, dringend!«, »hört auf«, sagte Sissi. »Sie hält gerade ihren Mittagsschlaf.«, »dem Vater war das gleichgültig.« Jetzt zog er die Spülung und Sigi brüllte in die Muschel. Die Mutter kam aus dem Wohnzimmer und beschwerte sich. »Blem, blem«, rief sie. »Das hört doch der Meier durchs Klo durch!« Der Vater hörte mit dem Spülungziehen auf und Sigi mit dem Brüllen. Vor dem Meier hatten sie Angst. Der Meier klopfte immer mit dem Besen, wenn es laut wurde, und Briefe an die Hausverwaltung schrieb er auch. »Wir haben nur Spaß gemacht«, entschuldigte sich der Vater. »Heidenspaß«, sagte Sigi. Sissi lehnte an der Kinderzimmertür und biss an ihrem linken Daumennagel. »Bist du uns böse?«, fragte der Vater. Sissi schüttelte den Kopf. »Nicht böse«, sagte sie leise. »Aber ich habe Angst um euch.« »Warum hast du Angst?«, die Mutter verstand gar nichts. »Ihre Zähne sind so scharf«, murmelte Sissi. Auf einmal hörte man am Gang vor der Wohnungstür schwere, laute Schritte, die näher kamen, und ein grün-blauer Meiergeruch kroch durch das Schlüsselloch. Dann rüttelte es an der Wohnungstür, und eine Stimme, genauso kreischend wie eine Kreissäge, sagte. »You haben schreit vor me. I am here. Open the door, you lausige Bastards, you!« Sissi ging mit kleinen Schritten durchs Wohnzimmer, vorbei an ihrem Vater, vorbei an Sigi. Sie hatte in jedem Auge eine große Träne, wenn der Vater auch ein bisschen zu witzig war und Sigi auch nie etwas glauben wollte. Sie hatte die beiden doch sehr lieb gehabt. »Ich werde sie sehr vermissen«, dachte Sissi und öffnete ihrer Freundin die Tür.